Die alte Nerven total ab! Die nerven total ab! Die Spezialattacken von Obito, die sind totaler Müll. Die taugen gar nichts. Rang C, ja, es hätte ruhig noch schlechter sein können. Hätten wir auch nicht gewundert. Hat sie auch einen eigenen Willen? Oder wird sie von Tetsu gesteuert? Wie geht das jetzt gar keine Probleme? Aber es sieht aus, dass sie auch viel Chakra benutzt hat. Wie geht das auch? Bist du gut, Mutter? Lass uns das fertig machen, dann verlassen wir diese Dimension. Oh nein, nicht Kakashi. Ich muss sie schützen. Mobito, du... Der hat auch schon schlimmere Verletzungen gehabt. Aber der wurde durch so einen kleinen Pieker überleben, oder was? Sie sind... Kakashi, nur hier für jetzt. Er... W- W-Why? Hey, look at your face. Now I get to be all alone with Rin. You'd only ruin things, Kakashi. Obito. From the Hokage. Yeah. And... Kakashi. Obito. Yud. Better not come and join me for a while. Survive until... the very end. What? Come on, Kakashi. Don't give me that face. Don't make a face like that. For trash like this. What's this feeling? It feels like it... bubbling up from inside me. Oh, that's it. I'm... happy. At the very end, I got to stand right next to my friend. I get it. That's why... I'm smiling. You don't need to be merciful towards someone who's this guilty, Kakashi. I just want you to send me off. Thank you. For everything. Let's go. Let's go. Why are you getting so desperate? The only thing you can change is the order that you die in. You're all such fools! Don't laugh. At my friend! Der Charingan? Aber wie? Ihr Eye wurde verletzt! Das ist die Kraft, die Obito hat mir in der Ende gegeben. Das kleine Worm. Er hat mich mit meinen Planen auf der Ende gegeben. Aber es ist okay, Mutter. Sie sind nur... Mine. Diese Kraft ist meine. M-Mutter? Meine Kraft. Oh nein. Sie muss wirklich zu viel Kraft haben. Sie ist beginnt zu verlieren. Wer sagte, du könntest das? Ich werde keine falsche Aktionen mit meinem Chakra verletzen. Die muss ich jetzt auch noch verwandeln. Natürlich. Am Ende fand ich das sogar traurig, dass Obito gestorben ist. Der war ja... Der war kein böse Mensch. Der Tod von Rin und Madara sein Herz vergiftet. Nur deshalb wurde er so. Neues Kapitel. Absurde. Kaguya's Amoklauf. Was? 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 Obito. Obito. Ich werde die Kraft, die du mir geholfen hast, um sie zu schützen. Und die Welt. etwas Aufmerksamkeit. Dann verdächtet wir Kaguya. Oh nein. Diese Kraft. Es ist nichts wie Aktionen der Rädern. So far But it can still be tracked by human Hm, was soll ich dazu sagen? Ich finde das gerade ein bisschen affig schon wieder. Das Camry Lightning-Delete, das gefällt mir ganz gut, wie sie sagen. Au! 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 Ich weiß nicht. Fürs Finale habe ich mir gerade irgendwas anderes erhofft, weil das hier finde ich wirklich total affig. Hier ich komme! Au! 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 Auf! Au! Ja, schön, wird dir jetzt damit gerechnet. Oh, Chakra, warum sagt mir denn keiner was? Oh, Chakra, warum ist das? Oh, Chakra, warum ist das? Oh, Chakra, warum ist das? Oh, ist das Affe, das ist total beschissen, wie blöder Kampf ist das? Ach, jetzt soll er mal wegbeziehen. Oh Gott, ist das ein Quatsch. Ja, tut mir leid, aber es ist wirklich Quatsch. Wo? Wollte ich gar nicht. Oh Gott, ist das ein Blödsinn. Nee, also wirklich nicht. Boah, hab ich, ich auch, also ich hab heute absolut gar keine Lust, das ist total das Schwachsinn, ist das. Oh Gott. Oh, lass mich in Ruhe, Mann. Oh Gott, ist das ein Blödsinn. Nee, ich bin nicht okay. Ich hoffe, dass das, oh Gott sei Dank, ey. Das war der beschissenste Kampf in allen Naruto-Spielen zusammen, ey. Ja, sorry, jetzt ist Schluss mit dem Blödsinn. Okay. Du bist okay? Es sieht, ich bin nehrgegen, meine Grenzen. Aber nicht sogar sie kann, die all diese Schmerzen. Was ist das? Was ist das eine von diesen Blödsinn, die ich hinter mir habe? Aber es ist viel größer als diese. Das ist... Du bist okay, Mutter? Sie können mich nicht mehr hören. Ich habe nie gedacht, dass ich sie so gesehen habe. Ich bin die Mutter von allen Schmerzen. Die Schmerzen meiner Schmerzen kann mich nicht stoppen. Was? Über Sie! Sie beginnt zu fallen. Ich sage ja, die scheinen psychisch stabiler zu sein. Du wirst sterben und sie wird dich absorbieren. Es ist der letzte Weg, der für dich bleibt. Das ist es. Das Ende. Ich habe mich heute schon zehnmal gehört. Während des Naruto-Teils am Schluss. Naruto. Sasuke. Sakura. Do you have any intention of following the final path he's talking about? Not at all. Of course not. Shinobi history is something that's super heavy, and it's been going on for a long time, defined by the way that all those shinobi lived and died. It isn't something that you two can mess around with. And I'm not going to let it end. We're going to protect... the history of shinobi. Stupid ninja. No matter how much you howl, you'll never get another future. Now disappear. This is the end. Let's do this. Sasuke, Sakura. Yeah. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, smally, oh, smally. There's no use in getting scared here, too weak. This is really hard. You've got time to talk and keep attacking. We have hardly any time left. Oh, no. Oh, no. That's so good. So good. Let me fight. Yeah, hang on. No, you got to do it. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Okay, hier habe ich schön eingesteckt gerade. Haha, geil. Oh, Sakura komme ich hier gar nicht mehr klar. Den Kampf verliere ich. Ich glaube, ich wette im Anime hat der Kampf interessant ausgesehen. Oh, ich habe sie noch erwischt. Reicht aber trotzdem nicht, glaube ich. Oder? Ich glaube, hat die noch eine Leiste, ja, ne? Die Attack ist da, ne? Wofür denn? Naruto, ready? Yeah! Ja! Ja! Oh, fast wird rückt. Das war echt knapp gerade. Ja! Los geht's! Das war echt nicht. Ah, nein! Toch, okay. Ich habe dich getroffen! Unmöglich! Die Mutter von all Chakra! Verlust an diesen Nachbarn! Okay, wie oft habe ich geil das Wort geil genannt hier? Das war geil! Ich habe, glaube ich, sehr oft... Dieses Wort habe ich, glaube ich, sehr oft verwendet. Nee, das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut. Ganz besonders, die QuickTime Events, die sind der Hammer! Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut! Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut! Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut! Aber jetzt... Da bildet sich jetzt ein neuer Planet, oder was? Oder ein neuer Mond? Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut! Aber wie werden wir hier rausgehen? Oh, genau! Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut! Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut! Wir können auch die Sage von den Sixpathen-Präumen... Huh? Wir zurück! Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut! 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 Das Spiel gefällt mir und meinen! Ich wie eine Woche zusammengeführt heute! Jetzt... Das Spiel wird dann nicht gemacht! Sie haben vielleicht verbunden, so sheep patioger emp executives. Ich kann mich nicht nurainsици букв Rot, aber nur dann bin ich Sie hier noch nie. Licht... Das, was du zu den Sage sagte, Ich glaube, ich glaube dir. Geht gut aus dem Hidden Leaf und dem Shinobi-World. Es gibt nichts für uns hier zu tun. Wie Saru sagte, wir werden die resten für dich. Madara... Du gehst? Ja, mit dir. Im Endeffekt... mein Traum wurde verletzt. Und es war auch mit deinem Traum. Du hast zu viel, Madara. Da gab es keinen Grund für uns zu perfektieren unsere Träume während unserer Generation. Wir sollten uns auf die Träume zu betrachten. Das ist das wichtigste. 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 Kushina, everything. Tell... Tell her I've eaten a lot of stuff with Granny. So I'll be fine. I eat tons of stuff. I'm never picky. I take a bath almost every day. Sometimes I go to the Hidden Leaf Hot Springs, too. But everyone says that I never stay in long enough to really soak. And I made a lot of friends. They're all good people. And, uh... Um... Anyway, I wasn't able to do everything she told me. But I really tried hard. I have a dream, too. I want to be a Hokage who surpasses you, Dad. And I'm gonna make it come true no matter what. Tell Mom on the other side. Tell her that she doesn't need to worry about me at all. Then I'm gonna be fine. Okay. I'll tell her everything. And so, the fourth great ninja war, which caused massive destruction and took many lives, came to an end. Some became light and disappeared, while others were left behind. Their various emotions created new connections and began to turn the pages of Shinobi history once more. Yeah, Naruto is always one of my favorite enemies. Naruto and Dazuku, so as a friendship thing. I think I had right. I think I had left. Repeating antagonism. Repeating rejection. And repeating calls from friends. in the next chapter new life just what are you your friend